Geht's schon los, oder? Ja. Dann, was habt ihr noch Schönes? Ups, jetzt habe ich eins verloren. Darf ich mich? Das ist einfach blöd. Einmal der Helm. So. Ihr nehmt lieber die Stange als die Treppe. Ja, weil Treppe beim Alarm nicht erlaubt ist. Es ist schneller, es ist sicherer und es sieht auch cooler aus, deswegen ja. Ihr freut euch immer noch jedes Mal, wenn ihr das Blaulicht anmachen dürft. Ja, auf jeden Fall. Selbstverständlich. Blaulicht an, vielleicht freie Fahrt. Jeder von euch hat schon mal eine Katze vom Baum gerettet. Ja. Also, mit ziemlicher Sicherheit kann ich sagen, in Augsburg wird es so gut wie kein Feuerwehrmann geben, der es nicht schon mal hat machen dürfen, müssen, sollen. Die Katze, die ich retten wollte, die ist mir abgestürzt und zehn Meter runtergefallen, aber sie hat es überlebt. Das brennende Haus stürzt erst ein, wenn ihr mit dem Baby auf dem Arm draußen seid. Das Haus bei uns ist es halt so, dass es aus Stein gebaut ist und das dauert ewig lang, bis man so ein Haus einstürzt. Also, meine Babys, die ich auf dem Arm raustragen habe, da war das Haus noch vollkommen intakt. Feuerwehr, das ist ein Männerberuf. Auch für Frauen geeignet. Frauen an die Macht. Bewerbt euch, liebe Frauen, es macht total Spaß bei uns zu arbeiten und es ist einfach ein Traumberuf. Ihr wolltet schon als Kind zur Feuerwehr, das ist korrekt. Im Kindergarten gibt es eine Tonaufnahme von mir, wo der Nikolaus gefragt hat, was ihr als Erwachsener werden wollt. Dann habe ich gesagt, Feuerwehrmann. Und irgendwann hat es dann doch geklappt. Privat zündelt ihr gar nicht, aber nur wenn Fleisch drauf liegt. Ich grill gar nicht, ja. Ihr habt immer russgeschwärzte Gesichter. Nö, überhaupt nicht.